Hallo und Willkommen zurück zu Red Faction Armageddon. Das war ja eine ganz schön tragische Sache hier beim letzten Mal. Da haben die beiden sich gerade geküsst und zack wird die Kara von den Aliens geholt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Da zeige selbst ich Gefühle. Weg da. Wie sieht's aus Maschine? Erhol dich mal bitte. Jetzt erhol dich. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Es gefällt mir gar nicht, was mit meiner Maschine hier los ist. Die Höhle der Königin finden. Vorher finde ich wahrscheinlich erstmal meinen eigenen Tod. Weg da oben. Einfach drauf losballern und hoffen, dass man irgendwas trifft. Die haben hier überall ihre elenden, dreckigen kleinen Nester. Nicht gut. Ach, das war alles. Ich dachte, hier kommt wieder sonst was. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Macht mir gefälligst den Weg frei. Sonst werdet ihr es bitter bereuen. Hier ist aber auch einiges los. Auch hier an der Decke überall diese Nester. Verdammtes, widerliches Gesindel. Was ist das? Gereinigt? Da hinten ist noch was. Da, 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 da. So, hier unten geht's weiter. Ähm. Da hat's doch mein Gerät zerlegt. Gerät zerlegt, das reimt sich sogar. Yeah, ich bin der Reimkönig. Kann man das Vieh nicht wieder reparieren, wenn man irgendwo eine Weile steht? Muss ich ja jetzt ein bisschen besser aufpassen. Weil anscheinend repariert sich das Ding nicht mehr. Weil die Schilde ja weg sind. Also muss ich jetzt hier ohne Schild arbeiten. Das sollte ich aber auch hinbekommen. Stierb. Gibt's Ärger? Aber die Iliens lassen sich nicht mehr blicken. Was wollen die? Alien! Alien! Lecker Kuchen! Ne. Keins vor Ort hier. Ist das eine Schande! Aber feuern wir da nochmal hin. Aber jetzt haben wir nicht... Jetzt bin ich hier. Aber hab fast volle Energie. Also müssen wir doch nicht aufpassen, wenn ich das jetzt richtig... Sehe. Weil dadurch, dass wir am Checkpoint waren, haben wir jetzt wieder volle Energie und können voll loslegen. Au. Du willst dich von hinten mit mir anlegen, ja? Es wird durch diesen Tunnel sein. Der direkte Weg erscheint nicht, dass wir unseren Weitern unterstützen können. Ich kann es schaffen! Und wir brechen ein, oder? Und wir brechen ein, oder? Nicht gut. Was? Au. Da hocken wir jetzt also wieder mal unten bei den Aliens fest. Oh, 100 Meter länger. Oh, das klingt mir nach einem eindeutigen Nein. Das klingt mir doch nach einem eindeutigen hypermäßigen Riesen-Nein. Rückzug, nicht mit mir. Zu holen gibt's hier nichts weiter, gut. Hallo? Bin ich hier noch ganz alleine? Oh oh. Denk ich auch nicht, das sieht sehr elektrisch aus. Den Tentakel töten. Ach, das ist nur ein Maschinengewehr. Ich dachte, wir kriegen eine ganz neue Waffe. Kann ich nicht einfach den da reindrücken und fertig ist? Ach, das da. Was hier Nettes rumliegt. Das Gebiet von Aliens befreien. Wo ist denn die Taste? Hier. Das haben die aber auch auf unsinnige Tasten gelegt, diese Fähigkeiten, finde ich jetzt. Hallo? So macht man das. So, auf zum nächsten Tentakel. Hilfe. Das ist schon irgendwie gespenstig hier unten. Uh. Das ist aber nett, dass ihr an mich gedacht habt. Klappe. Zack. Ich hab noch genug Material für euch. Keine Angst. Ihr kriegt auch noch eine ran. Wie ich euch Aliens verachte. Verachtenswerte Kreaturen. Viel Kohle gibt's hier unten aber nicht. Ich will doch noch voll viele Fähigkeiten haben. Alle, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, alle Fähigkeiten zu kaufen. Weil ich glaub nicht mehr, dass wir noch so sehr viel Spielzeit vor uns haben. Wenn's jetzt schon daran geht, die Bedrohung zu vernichten. Lassen sie das. Sowas mag ich nicht. Was hab ich denn repariert? Meine. Nicht gut, ich bin weg. Ach, die sind auch an der Decke. Und tschüss. Zack. Da kriegt der auch noch seine Ladung ran. Und dann ist hier auch bald Feierabend. Boah. Was? Da ist ein Nest irgendwo. Hab's gefunden. Gib mir. Hab ich. Hab ich. Hab ich hoffentlich auch. Taktischer Rückzug. Taktischer Rückzug. Bam, 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 bam. Zack. Weg. Weg. Das sind mir viel zu viele hier. Verschwindet! Wollang müssen wir da oben? Dann guck ich mich erstmal wieder hier um. Gibt's eh noch eine Meinungsverschiedenheit mit so einem blöden Alien-Nest? Lasst mich in Frieden. Ach, hier oben bin ich richtig. Oh nein, hier bin ich falsch. Hier bin ich so falsch, wie ich nur sein kann. Zack. Da ist es. Das macht sich selber platt. Verschwindet. Ich will mit der Raupe spielen. Du hast das nach mir geworfen. Ja, zack. Oh, verflucht. Ich sterb gleich. Oh, verflucht. Ich bin hier falsch. Ich muss weg. Ah, zu spät. Ich bin schon tot. Das passiert, wenn man mit so einer blöden Raupe spielen will. Merkt es euch. Spielt niemals mit Raupen. Sie sind gefährlich. Sie treiben euch in den Tod. Bis anders die ohne Fell. Könnte ich jetzt wieder? Danke. Okay, okay. Oh, jetzt müssen wir uns dann wieder komplett durchkämpfen, oder was? Na, das ist ja mal schlecht. Nummer eins. Blödes Pack. Wie komme ich denn da oben ran? Komm her jetzt! Meine! Zack, zack. Da oben komme ich nicht lang, weil die Tentakel-Biest am Weg sind. Also müssen wir wieder hier lang. Aliens? Ihr wollt mich doch gar nicht töten. Tief in euren Herzen wisst ihr, dass ihr mich mögt. Ah, 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 ah! Außerdem töte ich mich selber schon gut genug. Oh, das hört sich gar nicht gut an. Meine. Ah, das ist nicht gut. Oh, das ist alles so gar nicht gut. Weg da! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Taktischer Rückzug erneut. Munition mitnehmen. Und wieder ab in die Schlacht. Einer weniger Komm her Zack Ruhiger als ich es erwartet hätte Ich will wieder meine Zauberwumme Die Knarre ist echt gut mit dem schwarzen Loch Muss man so einfach sagen Was gut ist, hat es auch verdient Dass man es sagt Kommt Gegner Kommt und explodiert Hört auf mich mit dem Mist zu bewerfen Wow Bitteschön Ah, ah Lauf Peter, es wirft nach dir Ach ja Diese Gegnermassen immer Die wollen nicht aufgeben Weg mit dir Her mit dem Es ist gerade so schön ruhig Dann würde ich sagen Legen wir uns erstmal Häng da nicht so tot rum Nein, es bleibt tot hängen Setzen wir uns erstmal hier in die Ecke Und denken uns Joa, erstmal ein bisschen ausruhen War ja jetzt anstrengend genug Die ganzen Eriens zu töten Es ist halt so schwer So gut zu seinem Eriens vernichten Macht's gut Und